so numberto auf tour hallo ihr lieben denn heute fahre ich nach leonberg zum weltberühmten 1 1 1 8 meile moped rennen es werden viele moped fahrer da sein auch so wie ich alleine mit dem zelt schauen wir mal ich denke ich wäre so gegen 20 uhr da sein war ein bisschen am rhein lang und melde mich dann wenn ich dort bin bis später jungs so kurze zwischenmeldung ich bin jetzt mittlerweile am rhein ich sage euch nicht wo ich bin vielleicht erkennt ihr es ja ich drehe mal kurz eine runde wer sich am rhein auskennt erkennt ist sofort so alles gut gegangen nicht so viel verkehr sondern ist noch schön bis später so es ist doch schon sehr spät geworden aber ich bin angekommen es sind fünf biker da ich habe mein zelt aufgebaut und ich melde mich einfach morgen früh euch schon mal einen schönen Abend tschüss numberto auf tour guten morgen liebe jungs und liebe mädchen also wie zu erwarten war ein wunderschöner tag auf klemseck 101 2019 es ist noch alles ein bisschen ruhig die rennen fangen erst 13 uhr an aber gleich geht die vorstellung los hier findet jetzt gerade die technische abnahme der starkteile mit fahrer statt jetzt wird es ernst jetzt wird geräst jetzt wird geräst konner alex probelau zeigt uns was kittigen mit da 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 die schwäbische herren haben wir jetzt die geschichte des klemseck erzählt zwar ein bisschen schwierig zu verstehen das schwäbische aber hat Spaß gemacht also das ist im 14ten jahr es hat ganz klein angefangen und es wird jedes jahr größer es ist sonntagmorgen und jetzt geht es nach hause denn wie man immer so schön sagt am schönsten ist es doch zu hause bis zum nächsten Mal tschüss